Hallo, ich bin Timo Meinhard und Professor für Wirtschaftsphiologie und Führung an der Handelshochschule in Leipzig. Ich freue mich sehr, dass wir dieses Jahr schon zum vierten Mal den Award vergeben können und zum vierten Mal in Folge junge Firmen auszeichnen dürfen. Als Juryvorstand achte ich beim Lesen der Bewerbung insbesondere darauf, ob deutlich wird, dass die Public Value Idee verstanden wurde. Im Kern heißt das, es geht nicht darum nachzuweisen, dass man auch noch was Gutes tut, dass man die Mitarbeiter nett behandelt, dass man sich nach außen moralisch darstellt, sondern dass im Kern die Produktidee, der Service von Anfang an den Gemeinwohlgeist atmet und das sehen wir sehr schnell in der Jury, ob gewissermaßen das auch verinnerlicht wurde und darauf legen wir besonderen Wert, das herauszuarbeiten, das heißt zu sehen, wie bei der Public Value Gedanke wirklich angekommen ist. Der Wettbewerb ist grundsätzlich offen für Startups aus allen Branchen, aus allen Sektoren. Über die Jahre haben wir festgestellt, dass auch tatsächlich aus allen Bereichen der Gesellschaft sich Bewerbungen bei uns einfinden und dementsprechend halten wir das Feld auch sehr, sehr offen. Es gibt also keine Einschränkungen, was den Hintergrund der Firma betrifft. Der Auszeichnung mit dem Public Value Award für Startups hat eine Reihe von Auswirkungen nach innen, Wertschätzung der Mitarbeiter, nach außen gegenüber den Kunden und nicht zuletzt auch gegenüber den Investoren. Das wissen wir aus Erfahrung der ersten Jahre, dass tatsächlich Startups aufgrund der Auszeichnung die nächste Investitionsrunde, die nächste Finanzierung geschafft haben und die Investoren mit Wohlwollen und mit Anerkennung auf diese Auszeichnung schauen. Also es macht einen Unterschied bei Finanzierungsrunden diesen Preis mit auf den Tisch legen zu können. Finanzierungsrunden 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 Finanzierungsrunden